So Leute, hier ist euer Robobox-Arter20 mit einer Runde Lancer First Zombie mit Manuel zusammen. So, mal schauen, ob ich das auch noch schaffe. Irgendwie das Scheib. Weil es ist ja irgendwo aus dem Tier. Und wir machen das Road Commander und da bleibt Döckchen in der Luft, wie so auch immer. Was ist das sozusagen für Modus, Mann? Das. Dass du als Anfang eine Chance hast und die anderen haben jetzt so Spezialwaffen und Spezialfakes. Das ist nur so viele Fähigkeiten. Also keine Unfähigkeiten. Aber die Gegner Zombies sind auch Spieler, gell? Ja. Okay. Ja, die sehe ich ja von den Namen her. Aber auch nochmal, wenn du ganz nah bist, so wie ich. Wir machen vielleicht auch eine zweistündige Aufnahmesession. Und nachher wieder, dass ich 15-20 Minuten Parts aufteile. Mal nur noch. Was ist Schnupf? R1. Ja, wir wollen uns doch rein. Ah, da kann man sie wegfetzen. Am Ende. Doppelkill. Das ist ja auch gerade Doublekill. Ich finde das viel witziger als so ein Shooter. Mal aus dem Einscheren. Mal aus dem Einscheren. Das ist nicht so wie ein Shooter, aber mal aus dem Anderen ja. Ich finde das so was viel witziger als da so ein Shooter. Mal aus dem Einscheren. Das ist einfach mit dem Einscheren und aber mal aus dem anderen. Ja, es ist nicht so. Es ist ja lustig gemacht. Was ist jetzt los? Schafft nicht. Ich bin nicht gebracht worden. Sieg für die Zombies. Halt, ich bin erst in die Lobby gekommen. Noch nicht mal so scheiße. Die Musik ist geil. Du 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 du. Du du. Oh. Aber wir müssen die Pakete kaufen. Das ist schon klar. Ja. So was nehmen wir dann. Ich nehme jetzt einen Pilz. Alter, da kannst du... Sachen kaufen für ich, gell? Die ist ja... Voll abzocken. Du 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 du. Ich hoffe mal, dass ich einen... Copyright Strike bekomme wegen dieser Musik. Das ist eigentlich schon Level 39. Das ist eigentlich schon Level 39. Ich muss nachher die Farbsettings noch ändern. Ich muss nachher die Farbsettings noch ändern. Also wieso dreht sich eigentlich die CD im Laufwerk? Wenn das Spiel installiert ist, macht ja kein Sinn. Ja. Hat bei dir schon das Spiel angefangen oder was? Ja. Bei meinem Ladezimmer. Hm. Football-Kanal. Alter. Alter. Sicher wegen dem scheiss Internetgarten. Das erste Team, das 50 Gegner eliminiert hat. Erledigt. Gewinnt. Denkt daran, dass die... Wiederbelebung von Teamkollegen verliert. Das Gegner ist. Ich will jetzt noch ein bisschen Leute da nehmen. Ja. So ein Alt-Starch. So ein Alt-Starch. Okay. Hat die unendlich Schutz, die Kanonen oder was ist das? Mhm. Ja. Aber die macht auch wenig Schaden. Ja. 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 Nä Civli. Ich kann mir ein Seg-Clay' mit ihm nicht gehen. Mein erster Kill! Ein Trophä. Jetzt bin ich doof. Der Wissenschaftler ist ja eigentlich stark. Ich nehme mal den Wissenschaftler, mal schauen wie der ist. Ah, der Kaktus ist im Schneidersteil. Der Wissenschaftler ist ja noch relativ stark. Oh, der ist lustig. Der Kaktus ist im Schneidersteil. Nein, nein, nein. Er hat mich... Der Kaktus ist im Schneidersteil. 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 Ich glaube ich nehme einfach den normalen Zombie. Ich bin jetzt gerade tot. Ich bin jetzt der Ingenieur. Der Ingenieur macht dir am meisten schaden. Ich bin jetzt der Ingenieur. 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 Nein, ich will nicht streamen. Ich bin jetzt der Ingenieur. 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 Alter. Irgendwie sind die Pflanzen viel stärker als die normalen. Ich bin jetzt der Ingenieur. Oh ich bin jetzt der Ingenieur. Tipptttttttttt. Hey. Ich habe keinen Abschluss. Verracher kommen wir, die Abschütze kommen, äh, keine Ahnung, wie lange, wie schnell, wie lange gerade denn das bis man das Level aufgestiegen ist, ein? Ich bin jetzt schon eins aufgestiegen da jetzt. Ich find事 so geil wie Fahrstuhlmusik. Die Blume ohne Rachts. Der Disco-Zombie kann während der Birbelwind angreifft. Bei mir steht die Erbskanone und jetzt der Schnapper kann selbst ein Feind ausser Reichweite. Und noch Knopper. Ah, jetzt müssen wir die Pflanzen wählen. Ich finde die Pflanzen sind irgendwie stärker und besser als die Zombies. Play-Session schätzt immer das mit dem Spiel an, im Ernst. Zombie-Bitch. Und da solltest du die Pflanzen rumsetzen? Ja. So. Geil. Ah, ist jetzt zurückbleckt? Ich muss ihn mal schnell nahe laden. Der Fast-Food-Mike. Jetzt bin ich dran. Ah, du musst auch deine Charaktere unleveln. Wieso sagt man das nicht? Wahes erstmal der Fall hin so war. Ich bin fast wohl auch frei. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann ich jetzt einen Abschuss, wie du damit brauchst? Welches Viech hast du? Hä? Welches Viech hast du? Was ist das komische Viech? Mit den Bohnen und das Gewinnenviech? Werbsekanone Werbsekanone Erbsekanone 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 Ich bin nur 7 zu leben. Ich werde wieder belohnt, waaah! Eber ist so lieb zu mir und tut mich wieder belohnt. Haltet ihr auch Rast, ja? WTF, wie höfst du die Pflüge, ey? Aber macht schon Spass, weil rein farblich sieht es auch geiler aus als ein Scooter. Hier, hier vorne. Ey! Vergewaltigung! Vergewaltigung? Oh! 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 Du musst nur mehr in der Nähe einer Sonnenblumen stattdessen. Wofür! Ja, du musst nur teuer! Wofür? Wofür! Ja! Die Strategie! Ich wollte doch wieder beleben, Gottverdame. Irgendwie jedes Team, in dem ich drin bin, verkappt. Ich habe fast immer gleich gesehen. Hä? Wo sind die Leute? Keine Liste mehr. Warte. Mal einfach abwarten. Mal einfach abwarten. Das ist wirklich so scheisse. Mal einfach abwarten. Sorry, der Stickerladen ist geschlossen. Mal einfach abwarten. Mal einfach abwarten. Es geht so, dass der Körper verletzt wird. Ja, das ist eigentlich so. Die mape Gäste two serviert für Dinge. Wie heißt das, es dauert ein free-to-play Spiel da? Team Forgescraft Das war's für heute. Er hat es nicht falsch genommen. Alter, wieso ladet das so lange wie mich? Jetzt. Jetzt haben wir das Chatpack. Juhu. Hör jetzt nicht zu. Nein! Böse Su... Willst du mich verarschen? Böse. Au. Ja, schon dachte ich habe ein Missal drum. Das sind überall die Pflanzen. Entschuldigung. Wieso? 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 Alter, ich habe nichts zu wehlen. Das ist ein tolles Move. Ich glaube das hat da fast noch niemand gemacht, die Pflanz-First-Zombie-Roll-to-Commander. Die Pflanz-Zombie-Roll-to-Sombie-Roll-to-Sombie-Roll-to-Sombie. Alter, die Erbs-Kranone. Ich fand die Herausforderung, die wir geschafft haben. Ich habe die Herausforderung. Oh Wir sind zusammen. Cool, nein. Oder? Also, wir haben einen Dosen verkauft. Ah, nein. Sehr viel Klau. Ich habe das Gefühl, ich bin äußerst trieblich. Scheiss, sag ich mir. Wie machst du das? Ich muss doch mal das Lobby wachen. Willst du das Lobby wachen? Nein, egal. Jetzt bist du trotzdem raus. Ah nein. Das war nicht.